Ich habe mir echt Mühe gegeben, das Cover zu zensieren. Und damit begrüße ich auch alle Leute, die auf YouTube das jetzt sehen. Ja, ein Buch aus der feste Extrem-Reihe mit einem Cover, das nicht tostfreundlich ist. Also in terms of service. Herr Twitch hat seine eigenen Regeln, YouTube hat seine eigenen Regeln. Und da sind extreme Handlungen, die Gewalt und Nacktheit zeigen, verboten. Und auf diesem Cover, ich kann es euch mal beschreiben, hängt eine Frau kopfüber, nackig. Ich würde sagen, das ist auf jeden Fall angewandte Bondage. Und hat so wie bei Saw noch so ein Gitter auf dem Kopf. Man sieht aber ihr Gesicht nicht, sie ist weggedreht, aber sie ist nackig. Und drumherum ist halt so Folterinstrumente, die sieht man jetzt so halb, die sind noch da. Ja, von der Autorin von die Geschichte von Hillary, die Geschichte der Hillary, wenn ihr euch erinnert. Das war damals so, wir haben recht viel gesagt, oh Kathi, du musst das Hörbuch davon machen. Ja, hätte ich bestimmt auch gemacht. Ich hatte damals vor, mit einem Produzenten, nur eine kleine Gosse, nur kurz mit einem Hörbuchproduzenten das zusammen zu machen. Aber der kam leider nicht so aus dem Tee und dann ist es irgendwie untergegangen. Aber von der Autorin gibt es nun ein heftiges neues Buch. Und ich muss gleich sagen, Leute mit einem schwachen Magen, wisst ihr, es gibt sehr viele Leute, die so richtig vielfeste Extrem lesen und sagen, mich erschüttert nichts mehr. Ach, wirklich nicht? Dann lest mal dieses Buch. Es ist nicht umsonst hinten nochmal eine eigene Warnung drauf. Das ist kein Marketing-Gag. Das ist nicht, um es zu dramatisieren. Es bildet die Realität ab. Achtung, diese Geschichte ist sehr verstörend. Bitte lasst das Buch nicht in die Hände von Kindern oder Jugendlichen gelangen. Wer Fester Extrem kennt und schon viel gelesen hat, wird trotzdem schockiert sein. Oh, wird bei diesem Buch sehr schockiert sein. Trotzdem. Und, ähm... Das ist heftig. So. Ähm... Was ich übrigens noch sagen muss, es gibt sogar eine Einleitung von der Autorin selbst, eine Art Trigger-Warnung. Und die ist so schön, dass ich die, glaube ich, von der Idee her mal übernehmen werde, wenn ich mal bei Crime Time eine Trigger-Warnung mache. Es gibt ja immer so Leute, die dann sagen, du musst nicht eine Trigger-Warnung machen, wer das nicht abkann, soll kein True Crime gucken. Ja, aber es gibt halt Leute, denen halt bestimmte Sachen passiert sind und die damit nicht umgehen können. Ähm... So. Und das ist sehr gut. Ähm... So. Okay, jetzt können wir anfangen. Ich lese euch erstmal einen Klappentext vor. Als der ältere Mann in einer Bar mit Sophie und Emma flirtet, erscheint er ganz harmlos. Doch als sie ihn ignorieren, wird er sauer. Bannon führt die beiden jungen Frauen und verschleppt sie in eine, in seine speziell eingerichtete Garage. Dort werden sie auf schreckliche Weise missbraucht. Verzweifelt versuchen die Frauen nach einem Weg zu entkommen. Doch Bens primitive Brutalität nimmt mit jedem Tag zu. Und unglücklicherweise ist seine Fähigkeit, barmherzig zu sein, genauso begrenzt wie sein Vorrat an Moral. Sadismus pur für Horrorfans, die Melken aus Stahl haben. Und das ist wirklich keine Floskel. Ähm... Ich persönlich muss sagen, es hat mir sehr gut gefallen. Es ist jetzt nicht auf Platz 1 meiner Lieblingsfester Extrembücher. Aber es ist schon sehr weit oben. Der Schreibstil ist sehr, sehr gut. Ähm... Teilweise merkt man... Also teilweise sind sehr unangenehme Formulierungen, wenn es um sexuellen Akt geht. Das ist irgendwie so umschrieben, dass es manchmal eine ungewollte Komik hat. So... Der kleine Krieger oder so. Ähm... Das hat für mich so ein bisschen gedacht, okay, das hätte vielleicht ein bisschen anders formuliert sein können. Aber ansonsten, ähm... Werdet ihr nicht zum Lächeln oder Schmunzeln kommen. Denn das, was da passiert, ist wirklich abartig, grausam, brutal, heftig. Es ist wunderbar geschrieben. Es ist vorrangig in der Ich-Perspektive. Nämlich aus der Sicht des Täters. Und... Ja. Ähm... Wenn ihr die Herausforderung annehmt, dann könnt ihr euch das Buch sehr gerne holen und es lesen. Das Buch ist ab 18. Es wird nicht an Minderjährige verkauft. Und es ist nicht im Buchhandel. Dieses Buch, äh... Bekommt ihr nur auf der Seite vom Fester Verlag. Weil es eben wie so ein Privatdruck ist. Weil solche Bücher vom Buchhandel boykottiert werden. Let's go. Anmerkung der Autoren. Jedes Mal, wenn ich eine Extrem-Horror-Geschichte veröffentliche, weiß ich, dass ich im Grunde den Kopf aufs Schafott lege. Solche Bücher sprechen ein wesentlich kleineres Publikum an als allgemeine Horrorgeschichten. Ich muss dich, liebe Leserin oder lieber Leser, daher noch einmal warnen. Diese Geschichte ist extrem. Sie enthält brutale, anschaulich geschilderte Szenen von Vergewaltigung, Verstümmelung und Folter. Gewürzt mit einer Menge Körperflüssigkeiten. Höchstwahrscheinlich wird sie dich weit aus deiner Komfortzone holen. Sie ist brutal, obszön und verdorben. Die traurige Wirklichkeit sieht so aus, dass Menschen aus allen Gesellschaftsschichten im Leben schlimme Dinge widerfahren. Durch vorsichtige, besondere Entscheidungen können wir versuchen, die Wahrscheinlichkeit zu verringern, davon getroffen zu werden. Aber manchmal fallen selbst die vorsichtigsten Menschen den Raubtieren zum Opfer, die da draußen lauern. Man hört ständig davon. Man liest von Gräueltalten in den Zeitungen. Es gibt schlichtweg keinen drinnen davor. Ich finde, eine Horrorgeschichte, die das Elend zweier entführter junge Frauen schildert, sollte nichts beschönigen. Es ist wirklich nicht meine Absicht, Schrecken für die bloße Schockwirkung hinzuzufügen. Wenn du diese Geschichte liest, möchte ich, dass du an die Opfer solcher sinnlos grausamen Verbrechen denkst. Nichts, was ich schreibe, ist allzu weit hergeholt. Menschen können skrupellos und bestialisch sein. Und ich habe den Eindruck, dass die Gewalt und Barbarei Barbarei für immer, äh, immer weiter zunehmen. Also achte auf deine Sicherheit und bete, dass du niemals jemandem vom Schlag eines Benjamin Merritt begegnest. Kapitel 1 Weib, bring mir ein Bier! Verlange ich knurrend von meiner Frau und entfessle einen schallenden Furz. Ich schnuppere das übelriechende Gas, das aus meinem annalen Geburtskanal entwichen ist, und ich bin stolz auf mein neuestes Baby. Ist gelungen. Eine solide Acht auf meiner persönlichen Gestanksskala. Mimi, meine Alte, rumpft die Nase, die sie sich mir nähert, um mir eine Flasche Budweiser zu reichen. Ich reiße sie aus der Hand und schraube den Verschluss ab. Räum die leeren Flaschen weg, befehle ich. Hier sieht's langsam aus wie in einem Schweinestall. Sie ist schlau genug, nicht zu widersprechen oder sich zu weigern. Stattdessen greift sie sich, was sie tragen kann, und schleppt es raus zur Recyclingtonne im Hinterhof. Wenig später kommt sie zurück, um den Rest zu holen. Wo sind meine Trockenfleischstreifen? Ich hatte heute nicht genug Geld dafür. Bier ist teurer geworden. Willst du mich verarschen? Ich wette, für Tampons hat's gelangt, was? Und für dein nobles Shampoo. Es ist Suave, Benni. Eine der billigsten Marken, die es gibt. Und nicht mal das habe ich gekauft. Nur die Lebensmittel, die wir für die Woche brauchen. Und was soll ich essen, während ich das Spiel anschaue und mein Bier trinke? Naja, ich hab dir ne Tüte Chips mitgebracht. Du hast also die Chips bekommen. Also aber nicht das verdammte Dörfleisch. Die Chips haben nur einen Dollar gekostet. Das Dörfleisch wäre auf fast sechs gekommen. Klingt für mich nach nem Haufen lausiger Ausreden. Wozu behalte ich dich überhaupt hier, wenn du nicht mal hinkriegst, was ich von dir brauche? Mimmi öffnet den Mund, um etwas zu sagen, behält aber ihr Gejammer für sich. Als sie das letzte Mal zuvor laut geworden ist, musste ich ihr eine aufgeplatzte Lippe verpassen. Mit zu schlitzenfängten Augen starre ich sie fünster an, um sicherzustellen, dass sie ihren Platz kennt. Geh mir aus der Sonne! herrsche ich sie an. Nachdem sie sich den Rest der leeren Flaschen geschnappt hat, macht sie kehrt und latscht davon. Und bring mir die Chips! rufe ich ihr hinterher. Ich bitte mir ein, sie leise schnauben und brummen zu hören. Und dankbare Idiotin. Ein paar Minuten später reicht sie mir eine Tüte Chips. Eigenmarke! War im Angebot! Ja, glaubst du, wir leben von Sozialhilfe oder was? Die Scheiße fresse ich nicht. Ich werfe die Tüte beiseite. Mehrere Kartoffelchips spritzen auf den Teppichboden heraus. Mach die Sauerei sauber! Bluffe ich. Pflichtbewusst geht mit mir und kümmert sich darum. Das nächste Mal bringst du meinen Trockenfleischstreifen mit. Es mir schnurrt, ob du Shampoo oder Weiberscheiß haben willst. Wozu brauchst du den Krempe überhaupt? Du arbeitest ja nicht und kein Schwanz interessiert, wie du aussiehst. Wurtlos schleicht sie davon. Mittlerweile bin ich so wütend, ich glaube nicht, dass ich den Rest des Spiels noch genießen kann. Was glaubt sie eigentlich, wer sie ist? Sie hält dich zum Narren, Benny Boy. Stichel die Stimme meines Vaters in meinem Kopf. Lass mich zufrieden, du Drecksack! Flüstere ich, Zähne knirschend. Fast kann ich das arrogante Lachen meines alten Hörer nämlich wieder mal verspottet. Ich war nie gut genug für ihn und er hat mich jeden Tag meines Lebens spüren lassen. Sogar nachdem ich mit 17 von zu Hause abgehauen war, hat er neue Wege gefunden, mir seine Enttäuschung zu zeigen. Als ich 28 war, hat er meine Mutter totgeprügelt und hatte die Frechheit, mir die Schuld zu geben. Er hat gemeint, wenn ich da gewesen wäre, hätte ich sie beschützen können. Sie hat sich die Augen ausgeräuert, nachdem du weg warst, hat er damals gesagt. Hat er mal gedacht, du würdest zurückkommen. Sie hat darauf bestanden, du wärst ein guter Junge, obwohl ich ihr erklärt habe, dass du bloß ein wertloses Stück Scheiße bist. Erst abgekratzt ist sie mit dem Wissen, dass du ein nichtsnutziger, egoistischer Sohn warst, der sie im Stich gelassen hat. Halt's Maul! brüll ich ins versiffte Gefängnistelefon, über das wir uns unterhielten. Es war deine Schuld, nicht meiner! Keine Ahnung, warum ich mir überhaupt die Mühe gemacht habe, hinzugehen. Vielleicht wollte ich eine Erklärung oder sowas wie einen Abschluss. Stattdessen wurde es noch schlimmer. Sein Pflichtvater Digan nahm Kontakt mit mir auf und bat mich um Hilfe bei der Verteidigung des Mistcats. Er wollte mich als Läumund zeugen. Dazu war ich gern bereit. Und ich hatte eine Menge zu sagen. Beim Prozess wurde ich in den Zeugenstand gerufen und schwor die reine Wahrheit zu sagen und nichts als die Wahrheit. Und das tat ich. Ich erzählte dem Gericht alles über den Missbrauch. Und ich hatte eine Menge zu erzählen. Man konnte mich gar nicht mehr zum Schweigen bringen. Ich musste aus dem Saal geführt werden. Der schwache Mat von einem Pflichtverteidiger war alles andere als glücklich. Aber Mann, der Staatsanwalt hatte von einem Mord zum anderen gegrinst. Es sage mir gern, ich habe meinen Teil dazu beigetragen, dass mein Schwanz Lutscher von einem Vater im Knast verfault. Seit mittlerweile mehreren Monaten höre ich seine primitive Stimme mit zunehmend häufiger in meinem Kopf. Anfangs nur ab und zu, wenn ich mich über irgendwas besonders ärgern musste. Inzwischen jedoch täglich. Er dringt in meinen Geist ein und erzählt mir allen möglichen grässlichen Scheiß. Ich bin nicht dämlich. Ich weiß, dass er sich nur in meinem Schäde abspielt. Und ich werde den widerlichen Eindringling einfach nicht los. Egal, wie viel ich saufe oder wie sehr ich versuche, ihn mit Verblödungsfernsehen auszublenden. Er quält mich trotzdem. In letzter Zeit redet er über Mimi. Sagt, sie ist eine verlogene Fotze und bescheißt mich. Behauptet, wenn ich zur Arbeit gehe, kommen Kerle vorbei und lachen sich krumm darüber, was für ein Trotter ich bin. Und nicht nur das. Sie stellen auch Dinge mit ihr ein, die nur ich mit ihr anstellen sollte. Ich spüre, wie mein Blutdruck steigt, indem ich nur daran denke. Mimi! Brülle ich. Sie kommt ins Wohnzimmer gerannt. Ja? Was treibst du eigentlich den ganzen Tag, während ich mich abrackere, um Essen auf den Tisch zu bringen? Ich, ich kümmere mich ums Haus, stammelt sie. Siehst du, was ich meine? Deine Hure, der ist schuldig wie der Hölle. Siehst du, wie nervös sie wird? Labbert die Raucherstimme meines Vaters auf mich ein. Oh, du kümmerst dich ums Haus, röffel ich sie nach. Und um was kümmerst du dich sonst noch? Ich weiß nicht, was du meinst. Verglückst du dich mit Kerlen, während ich weg bin? Nein! antwortet sie vehement. Ich erhebe mich aus dem uralten, abgewetzten, leckfleckigen Leberlehnen-Sessel und gehe einen Schritt auf sie zu. Sie zittert in meiner Gegenwart sichtlich. Bei dem Anblick regt sich etwas in meinen Lenden. Ich greife mir in den Schritt und schiebe mein bestes Stück in eine bequemere Position. Sie belügt dich. Lüg mich nicht an, Schlamper! brülle ich. Benni, ich lüg dich nicht an, ich schwöre es, ich würde nie... Bevor sie ausreden kann, verpasse ich ihr mit dem Handrücken einen Schlag in die Fresse und beobachte, wie ihr Kopf zur Seite schnellt und sie stolpert. Ich glaube schon, sie wird fein, aber irgendwie findet sie das Gleichgewicht wieder. Flanen schult sie vor mir zurück. Diese erbärmliche kleine Fotze, hast du geheiratet? Was heulst du denn? Glaubst du etwa, du kannst mich verarschen und ich würde mich dämlich grinsend darüber freuen? Glaubst du wirklich, du kannst ungestraft auf zwei Hochzeiten tanzen? Wild schüttelt sie den Kopf. Als ich nackte Angst in ihren Augen erkenne, wird mein Schwanz noch steifer. Was treibst du mit den Kerlen? Stecken sie ihre Pimmel in dich? Gehst du runter auf die Knie und sagst sie leer? Nein! schreit sie. Es gibt niemand anders! Sie ist eine dreckige Schlampe, die alles mit den Typen macht. Sie lässt Dinge mit sich machen, die sie von dir nicht leiden kann. Ich stelle mir Mimi umgeben von mehreren Männern vor. Sie sind alle nackt, schweißüberströmt und streien den Glanz an verbotenen Sex aus. Der Gedanke an die Orgie macht mich rasend, zugleich jedoch erregt er mich. Ich ziehe Jeans und Unterwäsche runter, lasse meinen porrenden Ständer raus. Mimi will zurückweichen, aber ich ziehe sie an den Haaren und zwinge sie auf die Knie. Ich überspringe mir jetzt den sexuellen Teil allein, weil's, ähm, ja, für YouTube und Twitch nicht so gut ist, wenn ich das hier vorlese. Mimmi ist ein erbärmlicher Haufen Scheißer. Die Euphorie meiner extatischen Entladung verflüchtigt sich schlagartig. Düsterer, bitterer Groll nimmt ihren Platz ein. Ich sammle den schlammigen Speicher in meinem Rachen und spuck ihn mit Wucht auf die Seite ihrer Stirn. Sie gibt einen erbärmlichen Laut von sich, als sie den dicken Pfropfen wegwischt. Bis es ihr gelingt, ist er ihr bereits durch die Vertiefung der linken Augenhöhle runter zum Wangenknochen gerutscht. Du bist widerlich, zische ich. Zieh dich nur an, bei allen anderen kannst du schlucken, was? Aber meine Wichse ist wohl nicht gut genug für dich, ja? Hut in Brand trete ich an den Kopf. Sie fällt zur Seite und ich verpasse ihren weiteren schnellen, harten Tritt in den fetten, vorstehenden Wanst. Sie rollt sich wie ein ekliger kleiner Wurm und schluchzt noch lauter. So ist gut, freut mich mein Vater an. So verdient sie es. Sie muss dafür bezahlen, was sie getan hat. Zum ersten Mal im Leben hatte ich das Gefühl, dass er Sturz auf mich ist. Ich lächle. Und dann lasse ich mir mir noch ein bisschen mehr bezahlen. Zwei. Keine Ahnung, was da über mich gekommen ist. Was? Sag ich, während ich ein Eisbeute über Mimmis geschwollenes Auge halte. Das ist alles andere als eine Entschuldigung. Ist mir bewusst. Warum sollte ich auch sagen, dass es mir leid tut, wenn es nicht stimmt? Trotzdem, ich habe mir noch nie so eine Abreibung verpasst und ich fürchte, ich könnte innere Verletzung verursacht haben. Bist du okay? Sie stöhnt nur. Scheiße, die ist nicht verletzt. Die verarscht dich doch bloß wieder. Was denn? Willst du jetzt losdackeln und ihr Blumen kaufen? Der hemmische Spott meines Vaters setzt mein Mitgefühl in Ende. Das wird schon wieder. Sage ich zu ihr und lasse den Eisbeute neben mir auf den Boden fallen. Ich gehe in Skorpions. Mach die Sauerei weg, bevor ich zurück bin. Damit stehe ich auf, streiche bestmöglich die Knitter aus meinem schmuddeligen Hemd und fummle den Saum in meiner Jeans. Obwohl ich hier mir es abgespritzt habe, denke ich an Easy Evie, die örtliche Schlampe, die Ivy, die für kaum mehr als einen Drink so ziemlich alles mit so ziemlich jeden macht. Sie ist Stammgast im Skorpions und Stammverwöhnerin meines Pimmels. Der Gedanke an sie jagt ein Kribbeln durch meine Eier. Allerdings fällt es mir schwer, nur an Lust zu denken, während Mimi auf dem Boden stöhnt und jammert. Ich schaut sie hier rüber und verziehe das Gesicht. Sie ist widerlich. Warum habe ich je so eine erbärmliche Frau geheiratet? Mich überkommt der heftige Drang, ihr noch mehr wehzutun. Allein ihr Anblick versetzt mich in Raja. Schnell wende ich mich ab, bevor ich meinen sadistischen Impulsen nachgeben kann. Vergiss nicht, deinen ekehaften Dreck wegzumachen. Blaffe ich, bevor ich gehe. Ich überspringe einen kleinen Teil. Er geht jetzt in eine Bar und da sitzen halt diese typischen Hinterwäldler und diese Dorfhure. Ist gerade mit einem Typen weg und er ist deswegen sehr gefrustet. Und dann plötzlich geht die Tür auf. Plötzlich schwingt die Eingangstür auf und der Klang von weiblichem Gelächter dringt mir in die Ohren. Als ich mich umdrehe, kommen zwei Göttinnen auf die Bar zu. Mein Maul klappt auf wie das eines riesigen Kabeljaus und ich muss mich bewusst zusammenreißen, um nicht zu sabbern. Solche Weiber verirren sich sonst nicht hierher. Nie. Junge Frauen wie die gehören in Kalender und auf Poster. Junge Frauen wie die gehören in die Häuser von Studenten in Verbindung mit rosa Möbeln und flauschigen Kissen. Alle glotzen sie an, als wären sie Einhörner. Die zwei Kichern genießen die Aufmerksamkeit sichtlich. Schwanzfopperin, das sind sie. Als ich den Mund schließe, regt sich Ärger in mir. Richtig, diese Fotzen würden sich nie mit ihr abgeben. Schneidet die bissige Stimme meines Vaters durch die Falten meiner kleinen grauen Zähne. Weil keine zwei Hocker nebeneinander frei sind, setzen sich die Ladies nicht. Kann ich euch Mädels was bringen? fragt Leo mit dem breitesten Lächeln, das ich je in seiner Visage gesehen habe. Der Barkeeper. Gin Tonic, antwortet die größere Blondine. Ihre Stimme klingt wie ein Engelschor. Ich mustere sie von oben bis unten. Sie trägt ein tief ausgeschnittenes, eng anliegendes rotes Shirt, einen schwarzen Minirock, der kaum ihren Abwehrarsch bedeckt, und rote Frankensteinschuhe. Bestimmt gibt's eine Bezeichnung dafür, aber ich nenne sie einfach Frankensteinschuhe. Ihre langen Beine sind wohl geformt und so makellos, als würde sie in Sahne baden und die samtige Glätte ihrer Haut aufnehmen. Ich male mir aus, mit der Zunge über die Innenseiten dieser perfekten Schenkel nach oben zu lecken und kriege sofort einen Ständer. Ein solches Ziehen in den Länden habe ich noch nie zuvor erlebt. Ach, ich muss mir später ein von der Palme wehden. Geht mir durch den Kopf, als ich meine eingezwängte Latte in eine neue Position manövriere, diesmal unauffälliger. Tanqueray Gin, fügt die etwas kleinere, kurvigere Blondine hinzu. Ihre riesigen Möpse kämpfen darum, aus den dünnen Bombay-Shirts auszubrechen, die sich über sie spannt. Sie ist umwerfend, keine Frage, und ich würde es sofort mit ihr treiben, aber so richtig geilt mich ihre Freundin auf. Äh, habt ihr Mädels einen Ausweis dabei? fragt Leo nach. Sie sehen jung genug aus, um Highschool-Schülerin zu sein, aber wahrscheinlich sind sie eher im College-Alter, obwohl es in der Nähe keinen Campus gibt. Am nächsten liegt das über 60 Kilometer entfernte Community College. Warum verschlägt es solche Schönheiten in so ein Loch? Als sie ihren Führerschein zeigen, frage ich mich, ob sie sich mit Jungs verabredet haben, auf die sie warten. Ich kann es praktisch vor mir sehen, zwar attraktive Ken-Puppen, die hereinspazieren und Anspruch auf ihre weiblichen Gegenstücke erheben. Was sie nie anfassen, höhnt mein Alter, und ich verziehe das Gesicht zu einer Grimasse. Leo macht sich davon, um ihre Drinks zu mixen. Abgesehen von der Country-Musik, die im Hintergrund dudelt, herrscht Stille in der Kneppe. Alle Augenpaare sind immer noch auf die göttlichen Geschöpfe geheftet, die den Schuppen mit ihrer Anwesenheit beehren. Es sind nur drei andere Frauen da, eine plumper als die andere, und selbst die können die Augen nicht von den Jungen grazieren lassen. Der Unterschied ist nur, dass sie Visagen dabei vor Neid und Hass verziehen, nicht vor Lust und Verlangen wie die männlichen Gäste. Mir steigt der Hauch eines fruchtigen Parfums in die Nase, und ich frage mich, welche der zwei so süß riecht. Wahrscheinlich beide. Wahrscheinlich scheißen sie Zuckerwürfel und schwitzen Nektar. Leo kommt mit zwei Whiskygläser und zu ihnen zurück. Können wir anschreiben? fragt die Kleinerer. Bei Leo anschreiben? Noch nie da gewesen. Klar, antwortet er mit einem Funken in den Augen. Ich zucke verblüfft zurück und schaue ihn frackend an. Vater denkt, er hätte bei denen eine Chance, sollte sich gewaltig. Ich meine, ja, er sieht nicht halt so schlecht aus, und bestimmt hat er schon jede Menge Schlampen und Nutten, aber die zwei Ladies sind mehrere Nummern zu groß für ihn. Hammertropf. Hey, rufe ich ihnen nach, als sie sich umdrehen und in Richtung der Tische davon gehen. Beide drehen sich zu mir um, beide mit einem strahlenden Lächeln. Keine der beiden sagt etwas. Was verschlägt euch eigentlich in der Kneipe wie die hier? Schnauze, Ben, raunt Leo mir tadeln zu. Wir wollen nur abhängen, antwortet die Größere. Beachtet ihn gar nicht, er ist... beginnt Leo, aber ich fahre ihm ins Wort. Wie heißt ihr? Ich bin Amber, antwortet die Große, und das ist meine Mitbewohnerin Sophie. Ich bin Ben, stelle ich mich vor und proste ihn mit dem Bierkrug zu. Sophie kichert und ich verspüre einen Anflug von Wut, weil ich denke, sie macht sich über mich lustig. Aber Amber löscht das Feuer, indem sie sagt, schön nicht kennenzulernen, Ben. Ihr Lächeln wirkt herzlich und echt, und mir schießen all die herrlichen Dinge durch den Kopf, die ich gern mit ihrem geilen Körper anstellen würde. Lass die Ladies in Ruhe, schnauzt Leo mich an und unterbricht meine Fantasien. Diesmal kichern Amber und Sophie beide. Dann drehen sie sich um und gehen weiter zu einem runden Tisch in der Mitte des schummrig beleuchteten Raums. Doch klar, dass sie sich ausgerechnet den Tisch aussuchen und sich als hübscher Aufputz in den Mittelpunkt dieser schäbigen Spelunke pflanzen. Hey, halt dich gefilgst raus, fordere ich Leo irritiert auf. Du kannst dich einfach die Gäste belästigen. Ich hab sie gar nicht genervt, und seit wann gibt's die Regel überhaupt? Ivy baggert jeden an. Ivy steht drauf, angebaggert zu werden. Sie ist eine wandelnde Einladung dazu. Aber die zwei sind das nicht. Wenn ich sie genervt hätte, dann hätten sie schon was gesagt. Sie sind zu süß, um sich zu beschweren. Und du bist nicht ihr Daddy. Ich kann beobachten, wie Leo rot anläuft, während er die Stirn rund zählt. Schau dich mal um, sagt er leise. Sehen die zwei für dich aus, wie der Rest der traurigen Gestalten hier? Scheiße, scheiße, nein, antworte ich. Genau. Wenn wir sie einfach in Ruhe lassen und ich ihnen ein paar Freigetränke spendiere, erzählen sie vielleicht ihren Freundinnen, wie cool es hier ist. Dann sehen wir sie und andere, wie sie, vielleicht öfter hier. Du musst auf Craig sein, das wird nie passieren. Lass sie einfach zufrieden, wiederholt er. Ich köpfe den letzten Rest Bier hinunter und knalle den Krug auf die Theke. Noch eins. Bestelle ich in einem Ton, der ihnen wissen lässt, wer für wen arbeitet, solange ich hier bin. Schnaubend schnappt er sich meinen Krug und stopft davon. Bevor zum Zapfhahn schafft, rutsche ich vom Hocker und schlendere zu dem Tisch, an dem die Göttinnen mit dem goldenen Haar untereinander lachen. Hat sich ein Stuhl herauszieher, verstummen sie und sehen mich an. Ihr habt doch nichts gegen, ein bisschen Gesellschaft, oder? Ist schwieriger für sie abzulehnen, wenn ich's so frage. Das hab ich mal in irgendeinem schmierigen Muschi-Magazin gelesen. Äh, wir... Wicke und Sophie. Amber fällt dir ins Wort. Äh, überhaupt nicht. Spitzer! rufe ich laut und ein sichtlich genervter Leo trabt mit meinem Bier an. Was soll das werden? fragt er mich vorwurfsvoll. Die reizenden Damen sagen, sie haben nichts gegen meine Gesellschaft. Ich bin sicher, sie wollen lieber in Ruhe gelassen werden. Unsinn! Widerspreche ich, nehme ihm das Bier aus der Hand und stelle es auf den Tisch. Ich zücke die Brieftasche und reiche ihm ein Zwanziger. Noch was zu trinken für meine neuen Freundinnen. Sie sind noch nicht mal mit ihren ersten Drinks fertig, merkt Leo an. Das ist unheimlich nett von dir, sagt Amber zu mir. Ich nehme noch einen Gin Tonic. Sie hebt das Glas, setzt es am sinnlichen Mund an und kippt den gesamten Rest auf einmal hinunter. Anzüglich legt sie sich über die Lippen, als sie das Glas abstellt. Sophie folgt ihrem Beispiel, kommt dabei aber nicht annähernd so verführerisch rüber. Seid ihr euch sicher? fragt Leo nach. Auf jeden Fall, antwortet Amber. Mit einem resignierten Seufzer zerknüllt Leo meine Kohle zornig in der Faust und marschiert davon. Und woher kommt ihr? Dunlip, antwortet Sophie. Dunlip, hörte ich überrascht nach. Das ist auf der anderen Seite des Staates. Was verschlägt euch hierher? Amber fängt wieder an zu kichern. Ich schaue von der einen zur anderen, während ich auf eine Antwort warte. Schließlich ergreift Amber das Wort. Sophie ist hergekommen, um sich mit ihrem Märchenprinzen zu treffen. Ach ja, ist er von hier? Wie sich herausgestellt hat, ist er ein 46-Jähriger, der bei seiner Mami wohnt. Er widert sie und bricht in Gelächter aus. Halt die Klappe, sagt Sophie ernst. Aber gleich darauf kann auch sie sich kaum noch halten vor lauter Lachen. Der verdammte Misker hat bei allem gelogen, sagt sie, nachdem sie sich wieder in den Griff bekommen hat. Sie hat ihn echt wie einen künftigen Ehemann gehalten, wirft Amber ein. Amber! Elmfert ist Sophie gedemütigt. Tut mir leid, dass es nicht nach Plan verlaufen ist, sage ich jetzt Leo den jungen Ladies ihre Drinks serviert. Ich hebe meinen Krug an und stricke ihn den beiden Grazern entgegen. Prost, sage ich und sie folgen meinem Beispiel. Während ich mein Bier trinke, ziehe ich Amber mit den Augen aus. Ich stelle mir ihre festen süßen Titten in meiner Hand vor. Bei dem Gedanken würde ich meine steinharte Latte am liebsten auspacken und mir einen Ort und Stelle ein runterholen. Aber das würde wohl eine ziemliche Szene verursachen. Ich überspringe jetzt ein kleiner ne, ich will nicht spoilern, aber er wird rausgeschmissen. Mein Hirn gleicht einem aufgescheuchten Hornisennest, als ich nach Hause fahre und darüber nachdenke, wie mich diese Tussis bloßgestellt haben. Wahrscheinlich galt es die Aufmänner zu schikanieren. Als ich meine rissige, verdreckte Einfahrt biege, verlagern sich meine Gedanken zu Mimi. Ich hoffe für sie, dass der Teppich wieder schön sauber ist. Als ich die Hände zu Fäusten balle, knacken meine Knöchel laut. Ich stoße die Autotür auf und stapfe ins Haus. Direkt ins Wohnzimmer, wo ich Mimi schluchzend auf der Couch vorfinde. Die Sauerei mit der Kotze ist weg. Dafür läuft ihr Blut an den nackten Beinen runter. Was zum... Alter, was ist los mit dir? Sind dir die Tampons ausgegangen? Du versaust die verfickte Couch. Ich muss ins Krankenhaus, sagt sie flennend. Du brauchst keinen Arzt. Geh nach Rom und ruh dich aus und mach dich gefälligst sauber, bevor du dich in mein Bett legst. Ich will die Lack nicht noch mit deinem Fotzenblut besudelt haben. Ich habe echt schlimme Krämpfe. Sie wimmert. Mimi, der Hand war scheiße. Das Letzte, was ich gerade brauchen kann, ist irgendwas von deinen Weiber-Weewehchen zu hören. Ich... bin schwanger. Piepsi, bevor sie wieder heftig schluchzt. Schwanger. Du hast mir nicht gesagt, dass du schwanger bist. Ich wollte auf den richtigen Zeitpunkt warten. Dafür gibt's keinen richtigen Zeitpunkt. Wir brauchen kein Baby. Belgier kosten Geld. Wir kommen so schon kaum über die Runden. Mimi heult einfach weiter. Du weißt selbst, dass du nicht der Muttertyp bist. Außerdem bist du inzwischen zu alt dafür. Kein Kind, wenn er alte verbrauchte Schlampe als Mutter. Mimi weint noch hemmungsloser. Stopft der dämlichen Schlampe das Maul? Kommt von meinem Vater. Wir sind uns ausnahmsweise mal total einig. Die Geräusche, die Mimi von sich gibt, gehen wir mächtig auf den Sack. Halt, verdammt noch mal die Klappe. Ich will dieses geflännelig hören. Schaff deinen jämmerlichen Arsch hier raus. Als bei mir aufzustehen versucht, schreit sie erschrocken und umklammert den unteren Bauchbereich. Sie plumpst zurück auf die Couch. Ihr Arsch landet mit einem grässlichen, schmatzenden Laut auf der völlig durchnässten Polsterung. Ein Sprühnebel scharlachroter Tropfen spritzt durch die Gegend. Weißt du was? Spar dir die Mühe aufzustehen. Du hast die Couch eh schon ruiniert. Ich verziehe mich einfach in meine Männerhöhle. Mimi stöhnt und flennt wieder, aber allmählich werden die gequälten Geräusche leise, als ich davon marschiere. Ich schiebe die Terrassentür auf und ramme sie hinter mir zu, bevor ich den Weg zu meiner Zuflucht antrete. Meine Männerhöhle. Eigentlich ist uns ja unsere freistehende Garage. Mimi war nicht allzu erfreut darüber, dass ich sie in mein eigenes kleines Reich verwandelt habe. Aber Mimi hat nicht mitzureden, was ich mache. Sie meckert und jammert ohnehin nur über alles. Greife ich mir die Fernbedienung, zetert sie, dass sie lieber Zeit miteinander verbringen sollen. Nehme ich eine Zeitschrift in die Hand, schimpft sie, dass die schmutzigen Fotos darin Frauen erniedrigen. Ich kann überhaupt nichts machen, ohne dass die Giftspritze rumnörgelt. Aber meine Männerhöhle ist absolut tabu für sie. Und das ein für alle Mal klarzustellen, habe ich ihr beim ersten und einzigen Mal, als sie mein Territorium eindringen wollte, fast den Arm gebrochen. Jetzt weiß sie, wo ihr Platz ist. Überall, nur nicht in meinem persönlichen Heiligtum. Die Arbeiten nachher sind noch nicht abgeschlossen, aber es geht voran. Da es sich um eine Doppelgarage handelt, ist meine Zuflucht ziemlich geräumig. Damit sie sich gemütlich anfühlt, bin ich gerade dabei, sie aufzupeppen. Dank der Verlängerungskabel, die ich von der Außensteckdose herüber verlegt habe, ist Strom vorhanden. Und vom Sperrmüll habe ich einen alten Lehnsessel geborgen. Es ist in einem erbärmlichen Zustand. Der Stoff ist übel ausgebleicht und an mehreren Stellen aufgerissen. Aber in der Not frisst der Teufel auch mal fliegen. Scheiße ist auf jeden Fall besser, als in einer Pfütze aus Blut und Gedärmen meines toten Embryos zu sitzen. Ich ziehe die Tür auf und schalte die alte Lampe ein, die oben auf einem hohen verbeuten roten Werkzeugschrank steht. Sie hat keinen Schirm, deshalb erhält die 90-Watt-Birne den Bereich wunderbar. Mein Baby. Irrer. Brummel ich vor mich hin. Wie kann Mimi es wagen, mir die Belastung einer Vaterschaft so zumuten? Ich hätte nicht übel Lust, zurück ins Haus zu stürmen und ihr dafür in die triefende Fotze zu schlagen. Stattdessen lasse ich mich auf den einigermaßen bequemen Sessel nieder und schalte den alten 27-Zoll-Fernseher ein, der auf einem Stapel Holzkisten an der Wand steht. Ich wechsle von Kanal zu Kanal, kriege aber keinen Sender rein. Gottverdammte Schiffer-Scheiße nochmal, fluche ich und schette aus. Der Tag wird schlimmer und schlimmer und mein Blut brodelt. Sieh dich nur an, du erbärmlicher Feud, Idiot. Verhöhnt mich die Stimme meines Vaters. Ich wette, die zwei Nutten werden gerade von Duck und Leo in die Arsche gefegt, während du ihr in diesem Drecksloch von einem nutzlosen Fernseher hockst. Könnte er recht haben, überlege ich. Vielleicht wollten Duck und Leo die Schlampen wirklich bloß für sich allein. Wahrscheinlich haben sie mich deshalb so schnell rausgeschmissen. Leo hat vermutlich immer mit gespratzten Beinen auf die Bar gelegt und schlägt gerade ihre saftige Möse. Der bloße Gedanke darin tragt mich zur Weißglut. Ich habe immer gewusst, dass du ein nichtsnutziger Loser bist. Ein beschissener, lausiger Schlappschwanz. Ein dreckiger Fußabtreter. Du verdienst es, dass alle auf dir rumtrampeln. Lass mich zufrieden, sage ich niedergeschlagen. Wenn du nur halb so viel Mann wie ich wärst, würdest du noch mal hinfahren und den Dreckschlappen zeigen, wer das Kommando hat. Ich sagte, du sollst mich in Ruhe lassen, kaffe ich. Aber die verächtliche Stimme meines Vaters weigert sich standhaft. Gepiestackt und gequält von seinen galligen Sticheleien verkomme ich vor lauter Wut zu einem bebenden Wrack. Du verdienst keine junge, zarte Haut, fährt mein Alter fort. Du wirst nie wieder spüren, wie dein Schwanz in der engen und verbrauchten Muschi anschwillt. Geh zurück zu Mimmis ausgeleiter Trifotzer. Ob was Besseres kannst du nicht mehr hoffen. Ich klatsche mir die Hände über die Ohren und werfe den Kopf zurück und lasse meinen Frust mit einem lauten animalischen Knochen raus. Und trotzdem fahren mir die verfluchten Worte meines Vaters weiter an Zahn. Du bist nicht mein Sohn. Mein Junge hätte den Mumm sich zu holen, was er will, statt mit eingezogenen Schwanz davon zu schleichen wie ein räudiger Köter. Du bist nicht mein Sohn. Das kehlige Knurren schlägt in ein unmenschliches Geheul um. Der Laut steigt aus meiner Kehle auf und explodiert aus meinem Mund. Ich komme mir vor wie ein Wehrwolf, der seine Beute warnt. Stark, unbesiegbar, mit einem klaren Ziel vor Augen. Ich springe vom Sitz hoch und trete gegen den Fernseher. Er kracht auf dem Betonboden zusammen mit einer der Holzkisten, die dabei zerbricht. Dann fische ich die Autoschlüsse aus der Tasche, renne zu meiner Karre und lasse den Seitenangang meiner Männerhöhle weit offen. Ich werde den Drecks nur dann zeigen, was passiert, wenn man den Falschen demütigt. Das ist mein Junge. Sponti stimme mich an. Ich stecke in den Schwanz so tief rein, dass ich sie aufbreche. Ich werde sie mit meiner Wichse ertränken. Vergiss nicht, die hübschen Gesichter ein bisschen zu verschandeln. Ja, genau, in die werde ich was reinschnitzen, wie in Halloween Körbis. Ich werde den Tag noch bereuen, an dem sie mich getroffen haben. Mach mich stolz, Sohn. Werde dich, Dad, ich werde dich sehr stolz machen. Mit Und da wird er die zwei Mädels abfangen, Sophie und Amber und sie dann verschleppen in seiner Garage und da beginnt dann nun der sehr schreckliche Teil, ich meine, das eben war auch schon nicht harmlos, aber was dann kommt, ist tatsächlich extremst verstörend. Und ich habe halt auch schon gesehen, wo Leute, die Rezension geschrieben haben, die es schon gelesen haben, auch gesagt haben, oh boy, das war wirklich ein heftiges Buch. Ja, also ich denke mal, das ist mit eines der krassesten Bücher aus der Fester-Extrem-Reihe und wenn euch sonst nichts schocken kann, probiert es mal damit. Ich bin ein großer Fan von Angelique, allein durch das, was ja im Fester-Verlag erschienen ist, die Trilogie, die Geschichte der Hillary, was ich euch mal vorgestellt habe und ja, ich denke, wenn der Fester-Verlag so weitermacht und noch mehr von ihr verlegt, dann werden wir noch einen sehr langen, schmerzhaften Weg für uns haben. Also ich muss sagen, mir hat das Buch wahnsinnig gut gefallen, aber ich muss auch sagen, auch ich bin an meine Grenzen gekommen mit dem, was ich vertrage und ja, ich weiß ja, worauf ich mich einlasse und ich denke, ihr wisst es auch, wenn ihr das Buch lesen solltet. Nichtsdestotrotz, die Warnungen sind nicht zur Effekthascherei drauf. Diese Warnungen habe ich bisher auf keinem Fester-Extrembuch gesehen. Also es ist das Erste und das ist gut begründet. Fester-Extrembuch